In diesem Video zeige ich dir, wie man Bitcoins von einer Paper Wallet wieder ausgibt. Ich habe hier bereits mit bitaddress.org eine Paper Wallet vorbereitet. Wenn du genau wissen willst, wie eine Bitcoin Paper Wallet erstellt wird, schau dir am besten dazu mein letztes Video an. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ich vermute mal, du hast eine Bitcoin Paper Wallet, die so oder so ähnlich aussieht, gerade ausgedruckt vor dir liegen. Als nächstes gehst du einfach zum elektronischen Wallet deiner Wahl, welche Bitcoin Adressen importieren kann. Ich benutze für dieses Video die Online Wallet von Blockchain.info, weil sie einfach zu bedienen ist und es zusätzlich auch eine mobile Variante davon gibt. Der ganze Vorgang funktioniert natürlich auch mit Electrum oder Exodus. Ich befinde mich nun auf Blockchain.info und hier kann ich kostenlos und ganz einfach eine Wallet erstellen. Dazu brauche ich einfach nur eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Nachdem ich eine Wallet nun erstellt habe, suche ich im Menü unter Einstellung den Punkt Adressen und hier kann ich jetzt ganz einfach unter Adressen importieren meinen privaten Schlüssel manuell einpflegen. Der verfügbare Saldo erscheint dann sofort und die Bitcoins sind dann per se ausgebbar. Aus meiner Sicht ist hier noch eine Sache bezüglich der Sicherheit zu beachten. Verwende diese Methode bitte nur, wenn du deine Bitcoins auch wirklich ausgeben willst. Wenn der private Schlüssel einmal elektronisch schichtbar war, dann ist die Bitcoin-Adresse nicht mehr sicher. Wenn du also deine Bitcoins einfach elektronisch verfügbar haben willst, solltest du danach die Bitcoins an eine weitere Adresse senden. Übrigens ist die Blockchain-Info-Wallet auch in mobiler Variante verfügbar als App und mit dieser kannst du dann den QR-Code des privaten Schlüssels einfach einscannen und ich finde, das ist ein Vielfaches leichter, als es einfach manuell einzugeben. Das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Hinterlass mir doch bitte ein Like, wenn du mehr solcher Videos sehen willst. Bis dann!